Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute ein zur Jahreszeit passendes Produkt für euch und zwar einen wunderschönen Off-Shoulder-Pullover von H&M und den zeige ich euch direkt. Hier haben wir das Prachtexemplar. Er ist einfach mega, mega weich. Ich habe den im Laden gesehen und habe gedacht, ich muss den direkt mal anprobieren und der hat wirklich richtig gut gepasst. Ich habe mir den in der Größe M geholt, weil der einfach nicht so eng anlag, sondern richtig schön lobbelig sitzt, auch für so einen Off-Shoulder-Pullover. Der soll ja auch gut hier sitzen, weil ja auch die Schultern frei sind. Klar, bei so einem Off-Shoulder-Pullover ist es immer so, dass wenn man sich einfach so ein bisschen bewegt, dann bewegt der sich mit und geht auch mal hoch und man muss ihn einfach wieder zurückziehen. Aber mein Gott, das ist halt so. Der hängt ja auch da unten und man macht ja auch viel mit den Armen. Von dem her macht mir das jetzt nicht grob viel aus. Hauptsache ist eben, dass er richtig, richtig schön ist und vor allem auch warm hält. Ich hatte ihn jetzt bei so einem warmen Herbsttag an mit einfach einem normalen Top drunter und es hat komplett ausgelangt. Es war keine Jacke nötig, nichts, sondern es war richtig schön warm und vor allem in den Läden habe ich sogar geschwitzt. Also der ist wirklich richtig, richtig schön und es ist so ein richtig weiches Feinstrick mit einem Wolleinteil und der Pulli kratzt auch gar nicht und das ist für mich zum Beispiel total wichtig, weil die meisten Wollpullis, die kratzen immer so. Aber der fühlt sich wirklich richtig angenehm auf der Haut an und lässt sich richtig gut tragen und vor allem auch richtig gut kombinieren mit Schwarz oder auch anderen Farben. Und wie gesagt, ich habe den mir jetzt in Braun geholt, in so einer Millage-Optik. Millage ist gerade eh total in und ich finde, das ist einfach eine richtig, richtig schöne Herbstfarbe oder auch jetzt für den bevorstehenden Winter richtig gut und passend. Den gibt es auch in drei weiteren Farben. Einmal in Grau, einmal in Schwarz und einmal in so einem Grünton und ich habe mich einfach für den entschieden, vielleicht werde ich ihn dann auch irgendwann noch in Grau holen, weil das ist wirklich ein richtig, richtig schöner Pulli und vor allem auch außergewöhnlich, gerade durch dieses Off-Shoulder. Der hat einfach hier so ein doppellagiges Teil. Das kann man auch im Endeffekt hochklappen, dann zieht es so aus und dann klappt man es eben runter. Dann hat der Pulli noch ein Rippenbündchen hier an den Ärmel, die einfach auch ziemlich weit und lang sind. Dann hier unten ein Rippenbündchen und hier oben am Kragen wieder das Rippenbündchen. Also einfach immer wieder zieht man das, spiegelt es sich im Pulli wieder, was auch so einen guten Übergang und auch Abschluss macht, immer an den letzten Teilen am Pullover quasi und ich das einfach richtig, richtig schön finde. Wie gesagt, den Pulli habe ich mir in M geholt und der kostet 19,99. Ich habe ihn im Laden gefunden, gibt es aber auch online und wie gesagt in vier verschiedenen Farben. und ja, ich bin auf jeden Fall begeistert und werde ihn jetzt für euch mal anziehen. So meine Lieben, und damit werden wir auch schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Diese wirklich wunderschöne Pulli gibt es wie gesagt in vier Farben erhältlich, also wirklich alle Farben, wo gut gerade jetzt zur Jahreszeit, zum Herbst, zum Winter passen und sich auch mega gut kombinieren lassen. Schaut auch gerne online vorbei oder eben in den Läden und dann hoffe ich auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir auch gerne was unten in die Kommentare und vergesst auch unbedingt das Abonnieren nicht. Schaltet auch an Sonntag um 12 Uhr ein. Bis dahin sage ich Tschüss! S! S! Script.